Hi, und da bin ich auch wieder Genius Hardcore, aber Moment mal, was ist das denn? Das sind Autos. Nein, die Welt darunter. Ich fand's so interessant für mich, weil das Instrumental nicht, ich frage mich, was geht. Wahrscheinlich bin und bleib ich abgedreht und frage mich, was so schräg dabei noch steht. Wahrscheinlich die Realität und deshalb frage ich mich, was geht. Das Auto schien ein bisschen dreckig zu sein, weil unten trotzdem war es noch interessant genug, gehen wir es aufzunehmen und da bin ich jetzt auch gleich nochmal zu sehen. Da bin ich auch schon, schon crazy rhythm und da, kalender.